Liebe Zuschauer, liebe Episoden, die Reinkarnation kann definiert werden als die Rückkehr einer immateriellen Essenz, wie zum Beispiel einer Seele, dem Geist oder dem Bewusstsein, zu einem anderen physischen Körper nach dem Tod. Ich habe euch ja in einer der vergangenen Folgen zu diesem Thema meine Theorie erzählt, da ich diese bildlich wie einen Autofahrer sehe, also die Seele und den Körper als ein Auto, den die Seele besteigt. Ich möchte an dieser Stelle Ian Prattiman-Stevenson hervorheben, welcher ein in Kanada geborener US-Psychiater war. Er arbeitete 50 Jahre lang für die University of Virginia School of Medicine als Vorsitzender der Abteilung für Psychiatrie. Dank dieser Tätigkeit und seinem guten Ruf als sorgfältiger Forscher sorgte dies dafür, dass seine späteren Reinkarnationsforschungen in akademischen Kreisen eine gewisse Aufmerksamkeit erhielten. Ich persönlich kenne auch einen ehemaligen Psychiater, der in Deutschland Parapsychologie studierte, als dies noch möglich war. Seitdem er in Rente ist, reinigt er alte Gemäuer. Also spezifischer, wenn jemand zum Beispiel ein altes Schloss, eine Burg oder ähnliches Anwesen kauft, werden seine Dienste gerne in Anspruch genommen. Und glaub mir, er hat genug Geld und hat es nicht nötig, für eine gut zahlende Klientel etwas zu erfinden, denn seine Leidenschaft beschränkt sich auf das, was er in den alten Gemäuern vorfindet. Und er findet dort so einiges. Mehr darf ich aber nicht öffentlich erzählen, da er mich darum gebeten hat. Kommen wir einmal zu Fällen, in denen Kinder Erinnerungen an vergangene Leben haben. Sie zeichnen manchmal ihre Erinnerungen auf. Manche Erwachsene tun dies auch, auch wenn es wenige sind. Und dies kann einfach eine Möglichkeit sein, Erfahrungen aus dem vergangenen Leben auszudrücken. Aber es kann auch eine therapeutische Wirkung haben, die dem Einzelnen hilft, vergangene Traumata zu überwinden. Im Jahr 2003 wurde ein Bericht über den Fall von Carl Eden, einem Engländer, veröffentlicht und dieser soll schon im Alter von zwei Jahren davon erzählt haben, dass er ein deutscher Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sei, der über England abgeschossen wurde. Neben detailgetreuen Erinnerungen zeigte er Verhaltensmuster wie den Nazigruß im Stechschritt marschieren und körperliche Zeichen wie das eines Muttermals, welcher mit dem Verlust eines Beines bei dem tödlichen Unfall zusammenhängen könnte. Er war der einzige hellhaarige und blauäugige Mensch in seiner Familie. Der Rest hatte nur dunkle Haare und Augen. Es wurde vermutet, dass Edon die Reinkarnation eines deutschen Piloten, eines Bombers war, dessen Wrack in der Gegend gefunden wurde. Die Fakten entsprachen jedoch nicht der Zufriedenheit von Stevenson und anderen aufgeschlossenen Wissenschaftlern, die diesen Fall untersuchten und die Identifizierung wurde nicht mit Sicherheit vorgenommen. Bereits im Alter von zwei Jahren begann Edon Bilder aus seinem früheren Leben zu zeichnen, darunter Flugzeuge, Abzeichen und Insignien, einschließlich des Hakenkreuzes. Mit sechs Jahren zeichnete er das Cockpit eines Flugzeuges und erklärte, wofür jedes Instrument da war. Leider behielten seine Eltern keine von diesen Zeichnungen. Unglücklicherweise wurde er zwei Jahre vor der Entdeckung des vermutlichen Bombers in England umgebracht. Die englische Regenbogenpresse hat dies natürlich ausgeschlachtet und bunt ausgemalt, wie ihr hier an einem Beispiel seht. Es gibt aber auch Fälle, die von Stevenson und anderen Wissenschaftlern untersucht wurden und als glaubwürdig eingestuft wurden. Der erste Fall, den ich euch vorstellen möchte, ist der Fall von James Leininger. Als kleines Kind zeichnete James Madison Leininger Szenen, die sein früheres Leben als amerikanischen Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg widerspiegeln. Seine Eltern sagten, dass er im Alter von drei Jahren anfing zu zeichnen, typischerweise kam sie mit Flugzeugen und Kugeln und Bomben, die überall auf seiner Zeichnung explodierten. Sie bemerken, dass die Details der Waffen und Taktiken typisch für den Zweiten Weltkrieg waren, mit Propeller getriebenen Flugzeugen, aber nicht mit neuerer Technologie, wie zum Beispiel Jets und Raketen. Außerdem konnte James das Flugzeug auf den Bildern benennen, indem er Wildkatzen und Korsanen erwähnte. Und sogar die japanischen Flugzeuge, erkennbar an dem roten Sonnenlogo, mit jungen Namen für die Jäger und Mädchennamen für die Bomber benannte. Das war die tatsächliche Praxis amerikanischer Piloten im Pazifischen Krieg, wie James seinen Vater durch dessen Nachforschung bestätigte. Interessanterweise unterschrieb James seine Zeichnung mit James III. Und als er gefragt wurde, warum, sagte er, er sei der dritte James. Indem sein Vater die Erinnerung mit historischen Aufzeichnungen und den Erinnerungen von Zeugen abglich, wurde der Pilot, der sein Sohn gewesen war, als James Houston Jr. identifiziert. Und so sah sich der junge James offenbar als der dritte James. James produzierte hunderte dieser Zeichnungen und zu dieser Zeit wurde er von häufigen Albträumen seines vorherigen Todes heimgesucht, als er mit seinem brennenden Flugzeug ins Meer stürzte. Dr. Jim Tucker, Kinderpsychiater und Nachfolger des Reinkarnationsforschers Dr. Ian Stevenson an der University of Virginia, stellte fest, dass eine solche zwanghafte Wiederholung oft bei Kindern auftritt, die ein schweres Trauma erlitten oder erlebt haben. Es ist bekannt als posttraumatisches Spiel. Tucker sagt, da die Zeichnungen zusammen mit wiederholten Albträumen über die gleiche Art von Szenen entstanden sind, dass ein Kind versucht, ein traumatisches Ereignis durchzuarbeiten. In James' Fall schien dies ein Ereignis aus einem vergangenen Leben zu sein. Dieser Fall, der im nationalen Fernsehen in den Vereinigten Staaten gezeigt wurde, zog die Aufmerksamkeit einer japanischen Produktionsfirma aus sich, die anbot, die Familie nach Japan zu fliegen, sodass James den Ort seines vorherigen Todes besuchen konnte. An der Stelle im Meer, an der James' Houston starb, führte James Leininger eine Zeremonie des Loslassens durch. Er warf einen Blumenstrauß auf die Wellen und verabschiedete sich von seiner vergangenen Inkarnation. Nach Angaben seiner Eltern weinte er mehr als 15 Minuten lang. Durch dieses Ereignis veränderten sich James' Zeichnungen über sein vergangenes Leben und wurden positiver und friedlicher. Eines der letzten bekannten Bilder, die er zeichnete, zeigten ein japanisches Boot im Wasser. Das Meer war gefüllt mit Delfinen, die in der Luft sprangen. Flugzeuge flogen friedlich über alles hinweg. Es gab keine Schüsse mehr. Die Zeremonie hatte eindeutig eine heilende Wirkung auf ihn gehabt. Der nächste Fall ist der von Gideon Haich. Gideon Haich war ein Ungar, der sich als Junge anscheinend an ein vergangenes Leben als dunkelhäutiges Mitglied eines primitiven tropischen Stammes erinnerte. Seine Mutter bemerkte, dass er Menschen, wenn er Menschen zeichnete, immer braun färbte. Und er ignorierte ihren Vorschlag, dass sie ihre Haut heller machen solle. Im Alter von sechs oder sieben Jahren erzählte er seiner Mutter, dass er zuvor in einem anderen Land gelebt hatte. Und als sie fragte, wo, zeichnete er dieses Bild. Leider habe ich nur schwarz-weiß Bilder und ihr müsst euch die Bilder farbig vorstellen. Die Beschreibung seiner Mutter des Bildes lautet wie folgt. Eine Hütte mit konischem Dach und einer eigentümlichen Rauchabzugsöffnung, wie er sie in unserem Land, also hier in Ungarn, nie gesehen hätte. Vor der Hütte zeigte er eine nackte Frau mit langen, hängenden Brüsten. Der rechte Bereich mit Wellenmotiven ist ein Fluss. Gedeon identifizierte die Frau als seine Ehefrau. Und als seine Mutter ihn fragte, warum er sie mit so langen, hässlichen Brüsten, das ist nicht meine Aussage, das ist die Aussage von seiner Mutter, zeichnete, war erstaunt und sagte, als ob es offensichtlich wäre. Denn so sind sie nun mal und sie sind nicht hässlich, sie waren sehr schön. Gedeon beschrieb in Worten und Zeichnungen sein primitives tropisches Leben der Jagd mit einem Einbaumkanur und nicht in Flüssen oder Seen, weil es dort Monster gab, die den Menschen in die Beine bissen. Also vermutlich meinte er Krokodile. Er bewies Fähigkeiten im Rudern, Klettern und Trommeln, die er in seinem jetzigen Leben nicht gelernt hatte. Sie wie eine Phobie des Betreten offenen Wassers. Der Mangel an Details, weder von Gedeon noch aus historischen Aufzeichnungen, macht es unmöglich, seine frühe Inkarnation zu identifizieren. Stevenson konnte nicht mit Sicherheit sagen, in welcher Region er gelebt hatte, obwohl er Afrika bevorzugte, da Gedeon selbst sagte, dass er eine Verbindung zu diesem Kontinent verspüre. Er erinnerte sich auch daran, dass sein Volk das Trommeln zur Kommunikation benutzt hatte. Andererseits deutete seine Behauptung, dass er von einem Tiger getötet wurde, auf ein Leben in Indien hin. Obwohl es sich vielleicht auch eine andere Großkatzenart bezogen hat. Stevenson kam zu dem Schluss, dass weder seine Skizzen als Kleinkind noch sein ungewöhnliches Verhalten durch Gene oder den Einfluss seiner Umgebung allein oder zusammen erklärt werden können. Der letzte Fall, den ich euch vorstellen möchte, ist der Fall von Georg Neidhardt. Im Alter zwischen 5 und 7 Jahren hatte Georg Neidhardt offenbar Erinnerungen an mehrere vergangene Leben durcheinander gebracht und verblüffte seinen Vater, indem er von seiner eigenen Enthauptung erzählte. 1924 malte Neidhardt eine zusammenhängende Serie von Bildern, die er als ein Wiederaufleben eines vergangenen Lebens im mittelalterlichen Bayern empfand. Er erzählte die Sequenz schriftlich und sie enthielt eine Skizze einer Burg, an die er sich erinnerte. Er verbrachte die nächsten Jahre damit, den Standort zu suchen, um Details zu überprüfen und zwar mit einigem Erfolg. Von der Stadt Regen aus begab er sich allein aufgrund von Intuition in dem Bayerischen Wald. Er schreibt, Schließlich kam ich auf den Gipfel eines Berges ins Freie. Ich stand vor den Ruinen der einst stolzen Burg, die auf hohen, stark zerklüfteten Quarzgesteinen errichtet worden war und sie stand trotzig über der Umgebung. Von der Burg blieb nur der Turm stehen, sie war jedoch erheblich restauriert worden. Über eine etwas undichte Holztreppe stieg ich auf die Spitze des Turms, um den Blick auf die Umgebung zu genießen. Von den beiden hohen Hauptgebäuden der Burg konnte ich nur die am Turm befestigten Teile definitiv erkennen. Von der Form der eigentümlichen und extrem harten Felsklippen her war es jedoch wirklich unmöglich, dass der Gebäudekomplex eine andere Form als eine trapezförmige hatte, wie ich es in der Skizze umrissen hatte, die ich zum Zeitpunkt meiner Erinnerung gemacht hatte. Er schreibt, dass er dann die Überreste einer geheimen Passage entdeckt hat, an die er sich erinnert hatte. Leider konnte nicht mehr überprüft werden, was mangels fehlenden Aufzeichnungen aus dem Mittelalter nicht möglich war. Es gibt natürlich noch viel mehr aufgezeichnete Fälle, aber das würde in den Rahmen meines Videos springen. Aber um das Ganze noch abzurunden, denn es gibt ja genug Skeptiker da draußen, habe ich euch noch ein paar andere interessante Fälle hinzugefügt. Hierbei handelt es sich um Fälle von spontanen Erinnerungen von Kindern, die sich daran erinnern können, in ihrem früheren Leben Geld oder andere Wertsachen versteckt zu haben und diese auch zeigen, wo ihre Schätze zu finden sind. Worum habe ich dies ausgesucht? Ganz einfach. Denn wenn niemand außer der vorherigen verstorbenen Person wusste, wo der Schatz vergraben wurde, ist es schwierig, solche Fälle anhand der elterlichen Verhaltensgestaltung oder anderer normalen Mitteln zu erklären. Der Wunsch, den Ort des vergrabenen Schatzes zu kommunizieren, ist eine Art unerledigtes Geschäft, das die Reinkarnationsforscher als wichtigen Faktor empfunden haben, um die Erinnerung an das vergangene Leben ins Bewusstsein zu rufen. Sogenannte Buried Treasures, also auf Deutsch vergrabene Schätze, ist ein von den Forscher Ian Stephensons eingeführter Begriff für Geld oder andere Wertsachen, die von der vorherigen Person eines Reinkarnationsfalls an einem nur ihr bekannten Ort abgesondert wurden und die dann von der betroffenen Person, die sich an das Leben dieser Person zu erinnern scheint, darauf hingewiesen werden. Stephenson bemerkte, dass Banken für die meisten Asiaten, die in Dörfern leben, in denen sich viele Reinkarnationsfälle entwickeln, nicht verfügbar sind. Aus diesem Grund legen die Menschen Münzen oder andere wertvolle Papiere in eine Flasche oder Dose und vergraben sie im Boden, verstecken sie in einer Wand oder verstecken sie auf andere Weise. Oft sagen sie niemanden sonst, wo sie diese Vermögenswerte platziert haben, bis kurz vor ihrem Tod. Aber manchmal sterben sie, ohne jemanden anderen informiert zu haben. Unter diesem Umstand entstehen vergrabene Schätze. Der erste Fall ist der eines syrischen Drusenjungen aus dem 18. Jahrhundert. Ein syrischer Drusenjunge, also Drusen für arabischsprachige Religionsgemeinschaft im Nahen Osten, die im frühen 11. Jahrhundert in Ägypten als Abspaltung der ismailitischen Shia entstanden. Und dieser Junge war der erste, der im 18. Jahrhundert buchstäblich vergrabene Schätze erwähnte. Der Arzt John Wurtabert erzählt die Geschichte, eine von vielen Vorfällen der Erinnerung an das vergangene Leben, von denen er während seiner Zeit in Syrien hörte. Ein Junge aus einem Bergdorf behauptete, er habe zuvor als wohlhabender Mann in Damaskus gelebt. Als er an diese Stadt gebracht wurde, führte er den Weg zu einem bestimmten Haus, wo er mehrere Menschen erkannte, darunter eine Frau, von der er sagte, sie sei seine Witwe. Nachdem er eine Weile über seine Erinnerung gesprochen und die vorherige Familie davon überzeugt hatte, dass er tatsächlich ihr Ehemann und Vater war, fragte er die Witwe, ob sie das Geld gefunden habe, das er im Keller vergraben hatte. Als sie sagte, sie habe es nicht gefunden, führte er den Weg dorthin und grub ihn aus. Es wurde festgestellt, dass es genau den Betrag und die gleiche Stückelung hatte, von denen er sagte, dass sie es waren. Der zweite Fall ist der von einem Mädchen namens Shanti Devi. Shanti Devi wurde in den 1930er Jahren für ihre Erinnerung an ihr früheres Leben berühmt, deren Wahrhaftigkeit von einem Regierungskomitee untersucht wurde. Sie hatte viel über ihr Leben als Frau namens Lukti Devi gesprochen und ihr Vater hatte ihre Erinnerung durch Korrespondenz bestätigt. Aber sie war nie in einer Stadt gewesen, in der sie behauptete, dass sie gelebt hätte. Der Ausschuss begleitete sie dorthin, damit sie ihre Reaktionen beobachten konnten. Shanti Devi erkannte mehrere Personen, die Lukti Devi bekannt waren. Sie führte den Weg zu Lukti Devi's ehemaligen Zuhause und zeigte, dass sie mit dem Inneren des Hauses vertraut war. Während sie im Haus war, sagte sie, sie würde zeigen, wo Lukti Devi verstecktes Geld hat. Sie ging in Lukti Devi's altes Zimmer und zeigte eine lose Diele an. Beim Anheben war unter diesem Brett ein tiefer Hohlraum, der sich als leer herausstellte. Sie hatte 150 Rupien dort deponiert, bestand Shanti Devi darauf. Ihr ehemaliger Ehemann gab dann zu, dass er das Geld nach dem Tod von Lukti Devi entdeckt und an sich genommen hatte. Der dritte Fall ist der von Maung-Za-Tai-Win aus den 1960er Jahren. Maung-Za-Tai-Win war ein burmesischer Junge, der sich als die Reinkarnation eines Mannes bezeichnete, der nach dem Sturz vom Dach einer Pagode gestorben war. Maung-Za-Tai-Win erinnerte sich an den Namen des Mannes und an ausreichende Details, damit seine Familie zurückverfolgt werden konnte und seine Erinnerungen an das Leben des Mannes wurden in jeder Hinsicht als richtig befunden. Darüber hinaus behauptete er, sich an die Zeit zwischen Tod und Wiedergeburt zu erinnern. Er sagte, dass er während dieser Pause der Witwe des Mannes im Traum erschienen sei und ihr mitteilte, wo er in einem weißen Taschentuch Geld gelassen habe. Die Witwe bestätigte, dass sie einen solchen Traum gehabt hatte. Zudem auch das Detail gehörte, dass sich das Taschentuch in einer Kiste befand, was sie dazu veranlasste, das Geld an diesem Ort zu suchen und auch zu finden. Wenn vergrabene Schätze ein wahres Erinnerungsvermögen an das vergangene Leben darstellen, sind sie Beispiele für etwas, das Forscher seit Stevenson als unvollendetes Geschäft bezeichnet haben. Stevenson bemerkte viele Fälle in seiner großen Sammlung an der University of Virginia, die Beweise für eine Art unvollendetes Geschäft enthielten. Ich persönlich stehe der Theorie der Wiedergeburt sehr offen entgegen und ich habe euch hier Beispiele von Kindern genannt, die im Gegensatz zu mir nicht darüber nachdenken konnten, ob es dies nun gibt oder nicht. Aus diesem Grund finde ich es so faszinierend und als kleine Bestätigung, dass es mehr gibt, als was wir glauben. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir doch bitte in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, so lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr noch keines hier abgeschlossen habt. Euer Piso. Servus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020